Moin Moin, hier ist man wieder Ben aus Frenzburg. Ich grüße euch. Wie ihr seht, es geht weiter auf die Schleswig-Holstein-Lab. Und wie ihr jetzt lesen könnt, wie ergibt die Silage, gibt Geld. Und zwar aus dem Schnellbunker. Also wie ist die Silage schneller verarbeitet. Und hier bleibt man mein kleiner LKW schon. Da ist der Bunker. Und ihr seht, wie er da geladen ist. Und jetzt fahren wir zu der Beckenheil. Und da haben wir es abgekippt. Genauso, als wenn man da mit Matlader hinfahren würde. Und zwar in der Frenzburg, der Beckenheil ist in Polen perfekt. Ich habe den Parkpunkt gesetzt, weil er komischerweise da aber nicht automatisch abladen tut. Da sind die Bunker noch voll. Das ist genau so, was man in der Kleine macht. Hier kommt die Interfeksel gut rein und das wird dann irgendwie schneller bearbeitet. Wenn das hier voll ist, dann fährt man vor den Heckenberg. Das ist jetzt so gut, also normalerweise abgeladen geht es hier. Ich habe dann ein, zwei Top-4 Becken. Dann fahre ich sie durch. Dann wird es ja auch nicht, wie er nur alles realiert. Da kommt die Hilfe schon fix. Dann fahre ich es auch gut. Dann muss ich das reinpassen. Dann muss ich das auch einfach verarbeiten. Dann fahre ich es. Naja, sonst ist eigentlich nichts weiter auch auf dieser Möp passiert. Dann fahre ich es. Ich fahre immer noch zu meinem Mais, meinem Hexengut und meinem Weizen zu der Pferdefarm. Dann fahre ich es. Dann fahre ich es. Dann fahre ich es. Dann fahre ich es. Dann fahre ich es auch. Dann fahre ich es, dass es auch eine Baustelle ist. Ich glaube, wir werden auch noch schauen, was für ein Trailermann zusammenfragen kann. Und weiter. Naja, gut. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Euer Werner. Chau, chau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020